Sehr werte Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die Anerkennung des israelischen Staates, der Schutz des jüdischen Volkes, der Kampf gegen jede Form von Antisemitismus, das alles gehört in der Tat unauflösbar zu Deutschland. Wir tragen dabei auch gemeinsam die Verantwortung, dass nichts, aber auch gar nichts relativiert wird und niemals zur Disposition steht. Diese Verantwortung kennt schlichtweg keinen Schlussstrich. Es ist richtig, dass jeder, der bei uns lebt, diese Verantwortung trägt, dass jeder, der nach uns kommt, diese Verantwortung trägt und dass auch jeder, der zu uns kommt, diese Verantwortung trägt. Max Mannheimer hat es einmal in Richtung unserer Generation so zusammengefasst, dass er formuliert hat, ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah, aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon. Und deswegen gilt bei uns null Toleranz gegenüber jeder Form von Antisemitismus, jeder Form von Judenhass, auch gerade, wenn sie unter dem Deckmantel der Israelkritik daherkommt. Wir werden keinen alten, keinen neuen, auch übrigens keinen leisen, wie keinem lauten, keinem rechtsextremen, keinem linksextrem motivierten Antisemitismus und keinem islamistischen Antisemitismus in unserem Land auch nur einen Millimeter Platz einräumen. Das ist in der Tat unser aller Auftrag und Verpflichtung. Deswegen ist es schon ein starkes Signal, auch wenn die Fraktionen, die CDU, die CSU, die SPD, die FDP, die Grünen einen gemeinsamen Antrag formulieren. Das ist ein wichtiger Baustein in der Debatte. Und deswegen auch das Instrument des Beauftragten, wie wir es in unserem Antrag formuliert haben. Es ist richtig. Es ist ein richtiges Instrument. Es ist ein Ansprechpartner, ein Vermittler für die Zivilgesellschaft, für Bund, Länder, für Kommunen. So, und es entbindet übrigens niemanden von seiner ganz eigenen persönlichen Verantwortung. Es darf auch niemanden entbinden, sich zu engagieren. Und deswegen sollten wir gemeinsam dafür streiten, dass wir den Ansprechpartner installieren können, den Beauftragten, wie wir ihn formuliert haben, auch einsetzen können. 70 Jahre nach der Terrorherrschaft. Es blüht wieder ein jüdisches Leben in unserem Land. Und ich empfinde das als ein kostbares Geschenk, über das wir dankbar sein können. Es gibt mehr als sechs Millionen Gründe, uns den Rücken zu kehren. Mit Abscheu, mit Verbitterung, mit Feindseligkeit. Und dennoch hat man uns wieder Vertrauen entgegengebracht. Das ist eine Botschaft der Versöhnung und des Friedens. Und diese Botschaft greifen wir auch immer wieder auf. Und das ist gerade jetzt von besonderer Bedeutung, weil wir stehen vor einer Zäsur. Einer Zäsur, wenn die letzten Überlebenden der Shoah und andere Zeitzeugen gestorben sein werden. Und deswegen ist es für uns so bedeutsam wichtig, dass wir uns der historischen Verantwortung auch für die kommenden Generationen bewusst machen und diese Verantwortung ja auch immer wieder neu diskutieren. Und das war vorher die Rede davon, dass alle in dieser Verantwortung stehen, dass es Antisemitismus überall gibt. Und dass wir die Breite, die die Situation leider erkennen lässt, auch genauso formulieren müssen. Und deswegen darf ich sagen, ja, es stimmt, dass die antisemitischen Delikte und die Hetze in der Tat überwiegend aus rechtsextremen Kreisen kommen. Und wir aber gleichzeitig erleben, dass in manchen Heimatländern der Menschen, die bei uns Schutz suchen, der Antisemitismus Teil der Sozialisierung ist. Wir dulden aber keine Einfeindungen gegenüber Juden, egal von wem. Und deswegen bleibt für uns klar, wer zu uns kommt, der muss mit uns leben wollen. Und dazu gehört auch das klare Bekenntnis gegen Antisemitismus, meine Damen und Herren. Wir fordern in unserem Antrag, dass deshalb auch die Integrationskurse stärker die historische Verantwortung und die Vermittlung unserer historischen Verantwortung beinhalten. Liebe sehr geehrte Damen und Herren, wer bei uns Schutz sucht, der muss immer bereit sein, unsere jüdischen Mitbürger zu schützen. Das ist das, was wir von jedem verlangen, im gleichen Maße, der bei uns hier leben will. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, um auch dies deutlich zu formulieren, nicht ein Mahnmal ist eine Schande, sondern jedes antisemitische Wort, jede antisemitische Tat, jedwede Relativierung unserer gesellschaftlichen Verantwortung ist eine Schande für Deutschland. Um auch das klar zu sagen, wer Ressortimons gegenüber Juden schürt, kann kein Anwalt einer deutschen Leitkultur sein. Denn das christlich-jüdische Erbe ist für unsere Leitkultur konstitutiv, liebe Freunde. Wer antisemitische Parolen ruft, ist auch niemals ein Vertreter einer bürgerlichen Mitte. Er ist niemals Vertreter einer bürgerlich-konservativen Mitte unserer Gesellschaft. Meine Damen und Herren, wer antisemitische Parolen ruft, ist auch kein deutscher Patriot. Ich sage klar, der Schutz des jüdischen Volkes ist Teil unserer deutschen Leitkultur, der Kampf gegen den Antisemitismus, Aufgabe eines jeden Deutschen. Dankeschön. Ich schließe damit die Aussprache.